Hast du in deinem Unternehmen schon einmal ein Business-Fotoshooting organisieren dürfen? Oder bist du jetzt gerade im Prozess ein Business-Fotoshooting zu organisieren? Dann habe ich etwas für dich. Hallo und Grüezi miteinander, mein Name ist Boris Balding und schön bist auch du heute wieder mit dabei. Wie ihr wisst, bin ich Business-Fotograf und aktuell bin ich daran, mein Angebot ein bisschen zu schärfen und zu schauen, wo ich meine Kunden unterstützen kann. Für das brauche ich genau dich und zwar du, wo schon einmal ein Fotoshooting organisiert hast oder gerade aktuell dran bist und deine Frustrationen und genau das ist es, um was es in diesem Umfragebogen geht. Ich möchte gerne wissen, wo drückt dich der Schuh am meisten, wenn du so etwas organisieren musst? Wo hast du die grössten Frustrationen, wo hast du die grössten Herausforderungen und wo drückt dich der Schuh am meisten? Wo ist der Schmerzpunkt bei so etwas? In dieser Umfrage hat es ein paar Fragen. Ich wäre froh, wenn du dir ein paar Minuten Zeit nicht ausfüllen könntest. Wenn du das machst, bedanke ich mich jetzt schon einmal im Vorfeld und versprochen, die Daten gehen nicht raus. Ihr dürft wirklich alles rauslassen, ganz authentisch und ehrlich. Ich verwende das nur für mich, damit ich unter Umständen in Zukunft dich oder eben andere Kunden besser unterstützen kann, wenn es darum geht, ein Business-Fotoshooting aufzugleisen und dann eben auch durchzuführen. Was ist denn deine Traumlösung in Bezug auf Business-Fotografie? Lass es mich wissen, fülle die Umfrage, die ich hier unten verlinkt habe, aus. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und wünsche dir bis dahin alles Gute. Tschüss!